hallo hallo und herzlich willkommen zu diesem wundervollen sonntags video hier auf meinem kanal wir sind nicht nur im klaren zur post der ist lokal platz 4 wir machen heute die sonntags challenge die karten habe ich im shop dieses deck habe ich ich mache noch mal ganz kurz wieder zacken leiser dann werden wir noch eine riesentruhe öffnen und heute haben wir den gast aber und zwar den las moin wir werden die sonntags challenge machen und zwar hoffe ich jetzt mal dass dieser der mächtige also der lauch da unten willst du einladen ja kann ich noch hoffe ich nehme jetzt einen nicht von diesem kniepieser land ok danke das glück das brauche ich ich habe so ein richtig geiles deck das wird dir gefallen es rattert und rattert und rattert in seinem kopf so was geschieht hier du machst das jetzt nicht wirklich ich hatte jetzt drei tage den bowler im shop das ist jetzt nicht ja klar und dann auch noch mini pecker hey was macht denn also ich wollte gerade sagen hey was macht jetzt der pecker dann nein ja die hexe die hexe rasiert alle weg nein ja zum glück noch ein hit oh gott damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet wie lange den fern einfach braucht ihn weg zu racken der lakai fliegt vor ein der lakai kriegt sogar noch ein hit raus zwei hits sogar ich brauche den double x hat echt brauchst du die auch ich auch ja ich kann nicht alle karten spielen man der kostet glaube ich 4 oder so und ohne scheiß leute gestern wo ich diesen tunnelgräber gezogen habe ich habe damit nicht gerechnet ohne scheiß ich habe überhaupt nicht damit gerechnet dass ich irgendwie den tunnelgräber ziehe oder so deswegen bin ich auch so randaliert weil ich einfach null damit gerechnet habe einfach gar nicht so das war es dann mit dem pushen oh mann ey hast du selber mitgenommen durch den hokurider oder nein der war sogar im shop der ist sogar im shop man denkt du spiegelt es jetzt ich habe nichts gegen luft abgehören das ist noch gar nicht aufgefallen ja ist doch schön doch aus dem fall reden aber wie er die nicht merkt junge merkst du denn nicht doch ich wollte sie noch nicht merken vollgeist da so jetzt haben wir dann noch ein zap drauf hier noch ein zap zack so gg an der stelle war ein lustiger kampf den ich wieder mal verloren habe ähm genau Leute wir werden jetzt hier ein paar chests öffnen und wie immer meine ach erstmal spenden spenden wie immer meine gratis truhe und kronentruhe mhm aber zuerst ein kleiner schritt so Leute wir fangen an mit der gratis chest hier oben hab ich gerade chests gesagt ein riese neunmal die lakaienhorde dann eine silbertruhe dreihensichtig gold eine rakete neun bogenschützen okay naja es ist ja klar dass hier nur crap drin ist dann einen gemschnaus geben so viermal sperrkobolde sechsmal der eisgeist dann haben wir noch die kronentruhe äh die goldtruhe entschuldigung okay dreimal die kanone zwölfmal der eisgeist dreizehnmal die skelette und viermal der magier jetzt checken wir mal jetzt zählen wir mal mit bei der kronentruhe da wird sowieso nichts drin sein sechs heißt 58 normale zwei gems 15 sechsmal die 42 lakaienhorde und einmal die skeletten army naja gut hab ich jetzt gesagt so dann kommen wir zur riesentruhe 25 seltene und 231 normale schauen wir mal 1666 gold einmal der baby dragon 26 mal die beban und kommt in der sepp nein 229 mal der bomber okay das finde ich ziemlich nice muss ich sagen naja mehr oder weniger nice wie ihr seht bin ich ein bisschen mit den pokalen hoch ich bin im neuen clan danke an das dass er heute dabei war jetzt habe ich noch 11 gems morgen gibt es wieder ein turnier hier also ich bin auch in dem turnier drin gewesen aber morgen gibt es wieder ein turnier auf meinem kanal wir sehen uns dann einfach morgen bei einer weiteren folge clashreal danke fürs zuschauen lasst doch gerne ein abo da wir sehen uns beim nächsten mal bis dann tschau 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 tschau